Zum Restart der Qualifikation für die Euro 2022 trat das Frauennationalteam die lange Reise nach Kasachstan an. Das Auswärtsspiel in Gymkent war das erste Pflichtspiel der Österreicherinnen seit über 10 Monaten und erstmals überhaupt stand die neue ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann an der Seitenlinie. Nach dem 9 zu 0 Erfolg im Hinspiel hatte sich die ÖFB-Elf wieder einen klaren Sieg zum Ziel gesetzt. Die Partie begann aber mit einem Schockmoment. Julia Higgelsberger, im November in der Südstadt noch vierfache Torschützin, blieb bereits in der zweiten Minute verletzt liegen und musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Platz. Es war keine leichte Situation, weil die Verletzung gleich in der ersten Minute passiert ist und dann wir sofort umstellen mussten, einige Zeit auch in Unterzahl agieren mussten. Ja, wir sind direkt zusammengegangen als Mannschaft und haben gesagt, dass wir jetzt eben fokussiert bleiben müssen und ja, unser Spiel auf den Platz bringen, auch wenn es natürlich sehr bitter ist, nicht nur für sie, sondern auch für uns als Mannschaft. Das ist tatsächlich schwierig. Wir haben versucht als Mannschaft zusammenzugehen, aber vor allem dann im Spiel einfach zu spielen. Also es ist wichtig, dass du Ruhe reinkriegst, dass du das Spiel wieder in die Hand nimmst und einfach über einfache Aktionen wieder zu Selbstvertrauen kommst. Die Fuhrmann-Elf übernahm trotzdem vom Beginn an das Kommando und schnürte die Kasachinnen in der eigenen Hälfte ein. Der erste Torjubel in der zwölften Minute verstummte allerdings gleich wieder, weil Carina Wenningers Kopfballtreffer wegen knapper Abseitstellung zurückgepfiffen wurde. Nur eine Minute später gab es dann aber keine Zweifel. Frankfurt-Legionärin Barbara Dunst traf nach Zuspiel von Nicole Biller mit einer starken Einzelleistung zur 1-0-Führung. Für die Offensivspielerin, die die Rücken-Nummer 8 von der zurückgetretenen ÖFB-Legende Nadine Prohaska übernommen hatte, war es der dritte Treffer im laufenden Wettbewerb. Vor der Pause erarbeiteten sich die Österreicherinnen vom neuen Trainerteam rund um Fuhrmann, Markus Hackl und Sargon Duran taktisch perfekt eingestellt. Torchance und Torchance. Nach 19 Minuten scheiterte die eingewechselte Stefanie Enzinger mit einem Schuss. Wenig später konnten die Kasachinnen auf der Linie mit vereinten Kräften klären. Das ÖFB-Team verpasste es vor dem Seitenwechsel, den Sack zuzumachen. Nicole Biller, die einmal mehr sehr viel gearbeitet hat, scheiterte nach einer idealen Hereingabe von Startelf-Depidantin Marie-Therese Höbinger an der Innenstange. Ja, es war tatsächlich schwierig, bis wir mal das zweite Tor geschossen haben. Aber ich glaube, die haben es uns gar nicht so schwer gemacht. Wir haben es uns selber schwerer gemacht und wir hätten in der ersten Halbzeit schon höher gewinnen können. Erst nach dem Seitenwechsel rollte der rot-weiß-rote Torexpress, der in den ersten vier Spielen bereits 16 Treffer erzielt hatte, dann so richtig an. In der 49. Minute krönte Barbara Dunst mit einem sehenswerten Lupfer zum 2 zu 0. Ihre starke Leistung, ihr erster Doppelpack im ÖFB-Teamdress. Ja, erstmal muss ich sagen, ich wurde echt super freigespielt. Es war ein super Ball in die Schnittstelle. Ich habe dann gesehen, dass die Torfrau ein bisschen weit heraußen gestanden ist und dachte mir so, okay, vielleicht mit einem Lupfer kann ich sie überheben und ging dann glücklich aus. Ja, Barbara will einfach immer den Ball haben, ist sehr viel in Bewegung und dass sie jetzt auch Tore macht, ist extrem cool, weil das war das, was ihr in den letzten Jahren noch gefehlt hat und man sieht einfach, dass sie sich sehr gut entwickelt. Nach dem 2 zu 0 wurde nicht nur der Druck der Österreicherinnen von Minute zu Minute größer, sondern auch in Punkte Chancenverwertung steigerte sich die Fuhrmann-Elf im Vergleich zur ersten Halbzeit deutlich. Ja, ich denke, das gesamte Trainerteam hat uns wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Wir wussten, dass vor allem hinter der Abwehrkette sich Räume ergeben mit den dementsprechenden tiefen Läufen, haben wir versucht, an die Kette auseinanderzureißen und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Ich denke, wir haben sehr gut über Außen gespielt, wir haben von hinten heraus sehr, sehr gute Bälle gespielt und in dem Endeffekt, wenn wir auf dem Tor erschießen, haben wir auch im Abschluss nicht alles falsch gemacht. Weitere Treffer der Gäste waren eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. In der 63. Minute sorgte eine Außenverteidigerinnen-Kombination für die endgültige Entscheidung. Verena Aschauer war an der zweiten Stange eingelaufen und drückte eine Maßflanke von Kapitänin Viktoria Schnaderbeck wuchtig zum 3 zu 0 über die Linie. Das 4 zu 0 in der 67. Minute ging dann zu großen Teilen auf das Konto der starken Spielgestalterin Sarah Zadrazil. Die Bayern-Legionärin blieb geduldig und fand Sarah Puntigan, die bei ihrem 15. Länderspieltor im 102. Länderspiel keine Mühe hatte. Für den Schlusspunkt in einem äußerst einseitigen Spiel sorgte dann ein Elfmeter. Wieder war Sarah Zadrazil, die die Schnittstelle in der gegnerischen Hintermannschaft fand. Doch die eingewechselte Katharina Naschenbeck wird regelwidrig, wenn auch knapp außerhalb des Strafraums, am Abschluss gehindert. Dennoch entschied die Schiedsrichterin auf Strafstoß und rot für die kasachische Abwehrspielerin. Nicole Biller ließ sich nicht zweimal bitten und stellte den 5 zu 0 Endstand her. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, weil wir wissen, dass es nicht leicht ist, hier zu spielen auswärts gegen so einen tiefstehenden Gegner. Und von dem her sind wir sehr zufrieden. Das 0 zu 5 ist außerdem die höchste Heimniederlage der Kasachinnen im laufenden Bewerb. 5 zu 0 in Kasachstan zu gewinnen, das ist uns bisher nicht noch gelungen. Das ist in der Kampagne nicht einmal Frankreich und Serbien gelungen und somit können wir wirklich mehr als zufrieden sein. Es macht unheimlich Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Wenn ich jetzt bedenke, unter welchen Umständen wir hier angetreten sind und wie das die Mannschaft bewältigt hat, bin ich wirklich stolz, wie schnell sie da den Fokus gefunden haben. Mit der Leistung des Frauennationalteams zeigte sich Teamchefin Irene Fuhrmann bei ihrem Debüt an der Seitenlinie mehr als zufrieden, wenngleich durch die schwere Verletzung Higgelsbergers ein negativer Beigeschmank bleibt. Das Wichtigste war, dass wir heute die drei Punkte holen. Der Sieg in der Höhe war mehr als verdient, aber die Stimmung ist etwas gedämpft, weil sich gleich in den ersten Minuten Jule Higgelsberger schwer verletzt hat. Und ja, wir wünschen ihr alles Gute für ihren Weg zurück. Ja, ich denke, so etwas wünscht man natürlich keiner Spielerin. Und das war natürlich auch ein richtig großer Schockmoment. Wir sind dann aber gleich zusammengegangen, haben gleich uns reguliert, versucht, das wegzustecken. Und das ist uns Gott sei Dank ganz gut gelungen. Und wir wünschen natürlich, je nachdem, wie es jetzt ausgeht, der Julia, alles Gute. Das Frauennationalteam hält nach fünf Spielen bei beeindruckenden 15 Punkten und 21 zu 0 Toren. Bereits am 27. Oktober geht der Road to England dann auf heimischem Boden weiter. Dann wartet mit Gruppenfavorit Frankreich ein absolutes Weltklasse-Team auf die Österreicherinnen. Ja, das wird defensiv nochmal ganz anders diesmal. Und heute waren wir offensiv gefordert, Lösungen zu finden. Gegen Frankreich gilt sicher defensiv einen guten Plan, eine Strategie zu finden und die dann im Spiel umzusetzen. Also es wird auch körperlich ein ganz anderes Niveau sein. Ja, ich denke, wir können mit einem großen Selbstvertrauen in das nächste Spiel reingehen. Ja, wir wissen, Frankreich ist eine Top-Nation. Aber ich denke, wenn an dem Tag alles passt und wir alles umsetzen, kann man auch gegen Frankreich vielleicht mal einen Punkt oder auch drei Punkte mitnehmen. Ja, ich denke, wir können mit dem Tag alles umsetzen, 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 wir können mit dem Tag alles umsetzen,